Also, wir sitzen jetzt auch am Gate gerade. Wurden erstmal durchgefüllt beim Security-Check und dann geht es in einer halben Stunde ungefähr los. Bist du? Ich glaube, ich kriege das nicht so hin mit der Kamera. Ich kann nämlich nicht einschätzen, wenn die bei uns ist und wenn nicht. So? Ich auch nicht. Das war's. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok in the world's your buster. The bars are temples but the poles ain't free. You'll find a garden every golden buster. And if you're lucky then the... Ach, hallo. So, wir sind in Bangkok angekommen. Jetzt gibt's mal unsere erste kleine Roomtour. Was ist der Room? Wir haben ein 3-Bett-Zimmer. Das eine Bett wird unser Koffer, Rucksack, Bett. Gott sei Dank getrennte Betten. Hannah Schritz immer beim Schlafen abends. Voll verglast. Genau. Hier unser Hotel auch. Wunderbar. Und unsere wunderschöne Aussicht hier. Wunderbar. Badezimmer haben wir auch noch gar nicht gezeigt. Boah, was geht denn? Toilette. Toilette. Arschdusche. Wichtig. Aber auch eine vernünftige Dusche. Wunderbar. Und falls mal hier der Strom ausfällt. Emergency light. Wir haben uns jetzt das erste Mal hier was zu essen geholt. Hier ist ein Chicken mit Reis und Nudeln mit Ei. 70 Watt. Wichtig. Wir haben uns jetzt das erste Mal so ein Käsesandwich bei 7-Eleven geholt. Wow. Auf TikTok gesehen immer. Mal schauen, ob wir so was können. Da. Das schmeckt wie ein Käsesandwich. Das ist okay. Und wir haben Happy Espresso. Noch mal ein kleiner Zusatz. Schmeckt einfach wie Käse mit Butter auch da drin. Das schmeckt ultra geil. Also wenn man noch mal mehr reinbeißt. Super. Wahnsinn. Das ist was чи Philippines. reforms На Gerät Was 우 Creightl Falls das Gardener noch nicht gemeint ist, das ist übrigens der Vat Pho Tempel. Da ist ein riesengoldener Buddha drin. Den zeigen wir gleich auch nochmal. Es wird unser erstes Partei geben, für 109 Bahten. Wir haben eine Schüssel mit Eisbütteln, da war uns so gut. Voll vegetarisch bei den Chanatown, bei uns ein bisschen viel Fleisch immer über, das ist ein bisschen unidentifizierbar das meiste. Schauen wir mal, aber sieht schon mal ultra reis aus. Deine Meinung zum Essen? Wir gehen jetzt schon mal auf den Wochenendenpark hier und schauen uns die ganze Spaß mal an. Ich habe schon gesehen, es gibt Haustiere. Also hier ist wirklich die Hölle los, ey, wow. Dieser Markt ist wirklich voll, laut, stinkt und ich schwitze wie Sau und ich traue mich gar nicht, in diese Läden hier reinzulaufen, weil ich dann so klebe, wieder mit meinem Rucksack aufgerücken und alles und Hilfe. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Weiß ich nicht. Jetzt müssen wir da durch. Ich bin eventuell kurz davor, wie so ein Schnüffelstift hier zu holen, statt Nasenspray. Hier gibt es alles. Also wir dachten ja, dass wir vielleicht ganz alleine hier sind, dass es so ein Geheimtipp ist, weil wir in ganzem Bangkok irgendwie nie Touristen sehen. Außer an den Tempeln vorhin, aber... Und abends an der Chinatown mittendrin. Aber das ist so voll hier, wow. Also das ist wirklich viel zu viel zu voll. Es ist so warm, es ist warm, alle schwitzen, es ist laut und keine Ahnung. Das ist super, schmeckt auch richtig gut. Wir suchen uns jetzt mal ein Taxi oder buchen uns ein Grab und fahren dann erstmal ins Hotel, machen uns ready und dann... ... 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 also unser badezimmer jetzt hier ist noch mal eine steigerung zu dem badezimmer in bangkok nämlich da hatten wir nur eine schiebetür jetzt gibt es hier eine salonschwingtür und eine glasscheibe vom klo man dem anderen schön entspannt zuschauen kann während man auf toilette sitzt ganz entspannt vor unseren zimmern haben wir so bänke kann man auch noch mal chillen einfach der innenhof ist so cool wer kommt da angeschlichen aber stand jetzt würden wir sagen dass uns der erste eindruck ein bisschen besser gefällt gerade auch da mit den tempeln im sonnenuntergang und alles und ja cool thai boxen eventuell schauen wir uns da auch im boxkampf an diese tempel die funkeln immer nur aus einem bestimmten winkel und wenn man dann vorbeiläuft also das ist das da hat eben auch noch gefunkt und dann läuft man vorbei das ist dieser stück wie von einem kraten unser hotel ist abends einfach so ruhig aber wir mussten noch mal den poolern testen aber es ist arsch kalt aber es tut richtig gut mal hier wieder hitze um ins wasser zu gehen irgendwo tauch mal weiß ich nicht das war es jetzt wirklich für heute so jetzt kann ja der tag starten oder schutz coole wespa einfach in orange die erschrecken da einfach die tauben hinter sich dass sie auf den fotos irgendwie hochfliegen oder so komplett verrückt anna hat sich gerade auch schon das erste armband hier geholt ein elefanten elefanten aber es ist gut weil wir empfangen meisen wir wollen es 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 ein es Wow, das sind wirklich wahnsinnig schöne Statuen hier. Oh, ein Mensch, der irgendwie echt ausschaut. Mal Fotos machen für uns. Wahnsinn. Und ein echter Mensch dahinten in der Ecke. Wow. So, wir essen jetzt unseren ersten Mango Sticky Rice auf einem Local Markt. Bist du aufgeregt? Ich hoffe es schmeckt. Es schmeckt bestimmt. So schaut es aus. Sieht so geil aus. Ich bin mal gespannt. Blind Reaction. Wie schmeckt es? Sticky auf jeden Fall. Mit Mango. Ja, dann mach ich einfach rein. Das ist lecker. Wow. Zeig mal. Aber es ist auch richtig gut, oder? So. Sehr gut. Noch mal Mittagessenpause. Oh, dann gibt es jetzt hier lecker Partei. Spring Rolls. Ja. Und dann lasst du meine Zigaretten nicht nehmen. Ja, wird schnell versteckt, ne? Ja, ja. Filmst du? Nein, nein. Noch nicht. Jetzt film ich. Ich habe jetzt gesucht. Schön. Wie auch Hawaii. Jetzt musste ich ja dieses Ding hier hinten in die Haare reinstecken. Komm, lauf. Toll. Danke. Schick sieht es aus. Schwung. Tur bake. Dé氏. Fürsannen Horizonte. Ja, gibt es einen Müge. Du bist Kölner. Ich würde sich nochmal beimいつ upple. Schick. Hallo, guck, guckofseller einfach, guckofseller einfach mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir snacken jetzt nochmal gerade hier unseren Snack und dann gehen wir da gleich ins Boxing-Stadium rein, da wo die Männer schon davor stehen. Perluxia! Perluxia! gib mal deine meinung ab hier ja wir kommen was wahrscheinlich aus einer boxschule oder aus derselben boxschule also die haben meistens gewonnen aber an sich war es ganz cool wir hatten neben uns ein paar jungs die haben mit so einem typen da immer gewettet oder wollten wetten auf den kampf und haben sie einmal irgendwie zugestimmt und hatten dem auch deren geld schon gegeben da wollten sie es auch wieder haben dann hat er die um die hälfte beschissen hat nur die hälfte zurückgegeben ja weil in so einem fight club da auf einmal irgendwelche teils ankamen und da irgendwie mit denen herumdiskutiert haben über über das geld und so was in so einem hinterhof box weiß ich nicht da direkt neben uns hinter uns vor uns standen dann auf einmal die ganzen thai ist da weiß man ja auch nicht also ich kann nicht beurteilen ob es k-kämpfe waren aber für jemanden der noch nie so einen boxkampf gesehen hat fand ich es richtig spannend so so Bis zum nächsten Mal. 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 Klassische Partei. Eine mini kleine Cola. Ein Partei nicht reicht zu essen. Das ich noch gar nicht aufgegessen habe. Gibt es bei mir nochmal ein Kaosoi. Lecker, lecker. Ja. Geil. Schön mit Tofu wieder. Sehr gut. Und preislich bei ungefähr 1,50 Euro. In Deutschland zahlst du 4 Euro dafür mittlerweile. Ja. Und da ist nicht mehr die Hälfte an Nutella. Und da ist nicht mehr die Hälfte an Nutella. Ja. 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 Ich kann richtig hier nicht tauen. Und dann gibt mir mal einen... Boah, die sind viel dabei jetzt. Und dann gibt mir mal einen... Komm, los, zack. Ist gut? Gut, brauche ich mich auch mal rein. 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 Also links. Also links. Bisschen. Aber wenn man nach rechts schaut... Wow. Im Verhältnis zu gestern Abend dachte ich, dass dieser Strand so überfüllt sein wird hier. Ja, kann sein, dass das nicht verlor wird, aber... Ich habe heute mal so einen Tanktop rumgezogen. Ich habe heute mal so einen Tanktop rumgezogen. Das ist sehr interessant. Das erste Mal trage ich sowas. Janier ist jetzt seine Tanktop-Unterhemden ausgepackt. Jetzt will er wissen, ob es komisch ausschaut. Ich habe sowas noch nie angehabt vorher. Das sieht aus wie ein Eiländer. Ein echter Eiländer. Ein echter Eiländer. Ein deutscher Eiländer. Vorne ist der Laden, wo wir jetzt mal frühstücken gehen. a Fan Eiligt Ich wünsche dir zu Honey und die Leute. undوا Öl ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier gibt es Porridge mit Bananen und Beeren Und da drüben Scrambled Egg on Toast mit angebraten Tomaten auch wohl Ja, die sind hier Sieht immer gut Und jetzt laufen wir hier auf so einem Kleinen Stück Vorbei aber Trotzdem cool Sieht jetzt zwar nicht so nach Baden hier aus Aber wir laufen jetzt einfach mal statt an der Straße am Strand Ja, wir legen uns einfach hier bei irgendwelchen Randoms im Garten Man zahlt auch immer irgendwie an den Kassen weniger als auf den Preisschildern dranschüttet im 7-Eleven Kein Plan Das soll nicht mal ein Euro jetzt? Ne, das soll nicht mal ein Euro pro Cola Ne, für beide Achso, für beide Achso, nicht stimmt 27 Watt, was ist das? 50 Cent sind 20 Watt? 38 sind ein Euro Wow Ja, irgendwie sowas Wahnsinn War ein Griff ins Klo unserer Aktion, einen eigenen Strand zu finden und rauszusuchen Der Strand war schon nur halt einen Meter breit Ja, und Flut gerade Keine Chance baden zu gehen Jetzt fahren wir einfach wieder zu uns Richtung Pumperlo-Anlage Und dann gehen wir da einfach in Richtung Strand oder so Wir sind jetzt noch wieder bei uns hier am Strand Schatz Schatz Ich bin ich weiß... So, wir machen jetzt mal ein Geschnackfest. ULTRA GEIL! Der schmeckt nicht wie mein Passionsfruchtsaft dacoa. Jetzt wird hier für heute Abend unser Abendessen gesucht. Gut, die sind jetzt erstmal geworden hier. Mal schauen. Nehmen wir noch Sandwich mit? Ja. Ich glaube mal zwei. Auch das? Ja. Gut. Ich hab hier Soße. Wie kommt das danach rein? Da gibt es Spicy Cheese bei mir. Oh. Aua. Eis. Also meine sind leicht scharf bisher. Oh. Da jucken mir die Ohren gleich davon. Ist das so scharf? Ah, mein Mund tut weh. Du musst es nicht aufessen Schatze. Wenn es zu scharf ist, lass es lecken. Ich teste vielleicht erstmal die. Ja. Schau es nicht so. Aua. 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 Es tut weh. Ja. Immer mal hier lang, ha? Hallo. 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 Geht's unser erstes Essen hier? Sandwich und Carbonara. Wo die Hanna dann schön den Speck raus sortiert. Für mich. Hanna ist schon da zufällig. Die Roomtour passt perfekt rein. Mensch, wo kommt ihr denn her? Geil, genau. Schuhe ausziehen, warte. Schuhe aus. Das ist unser kleiner Launcher. Das ist der Vorraum. Dann Türen zu machen, weil Geckos. Ansonsten kommen Geckos rein, meint er ja schon. Ja, hier ist unser kleiner Kühlschrank und unser zweiter kleiner Kühlschrank. Ja, genau. Klimaanlage, Ventilator. Das ist das erste Mal, dass wir einen haben, ne? Ja, wir hatten sonst immer nur eine Klimaanlage, aber ist ja schon mal gut. Ja, und das hier sind die Betten für... Gäste. Ja. Billige Plätze. Billige Plätze. Hier werden wahrscheinlich unsere Rucksäcke schlafen. Ja. Unsere Rucksäcke werden hier schlafen. Zwischendin wie Viskusblumen. Genau, hier zwei Einzelbetten, aber das ist ja nicht unseres. Ne. Hier ist das kleine Bad. Haben wir hier eine schöne Dusche, Toilette. Ja. Aber wir können gleichzeitig aufs Klo gehen. Das Gästebad. Cooler Ausblick hier hinten raus, zeigen wir. Was für die? Grillen. Die grünen Zirpen. Sehr gut. Mitten im Dschungel sind wir halt hier gefühlt einfach, ne? Ja, noch eine Klimaanlage. Das ist 31 Grad eingestellt. Da müssen wir nochmal einen haben. Ja. So, warte. Ich geh nochmal ein paar Schatter zurück ansonsten. Willkommen. Bist ja gar nicht so ganz drauf. Zum Herzstück. Zum Herzstück. Genau. Hat auch nochmal einen separaten Eingang von draußen. Ui. Genau. Hier unser Schlafzimmer. Zwei Betten. Kannst du hier raus. Outdoor Küche. Unsere kleine Küche. Hollywood Schaukel. Genau. Da hinten sind unsere kleinen Rucksäcke nochmal. Und jetzt kommen wir zu unserem richtigen Bad. Auch ganz nett. Wow. Einfach so hier. Richtige Steine. Auch ein bisschen die Lego Steine, ne? Wenn du da falsch drauf trittst, dann kannst du dir auch richtig wehtun mal. Ja. Wow. Das ist so cool. Kannst du hier an der Schelde zack zack. Genau. Minibars. Auch zwei Stück nochmal. Übrigens. Eine. Zwei. Wie kommen wir raus? Komm, zeig mal die Hollywood Schaukel. Da hat sie sich gerade vorne schon auf einer fast umgebracht. Gerade. Das wäre eine Bank, ne? Wenn ich mich so drauf fallen lassen, ist das Ding nur mit einer Decke. Schaukel. Mit der Zähne. Eine plattgefahrene Schlange. Hier hinten haben wir auch Elefanten. Ui. Bananen. Wie viel Spaß hast du schon? Ich freue mich. Sehr gut. Wow. Auf dem Video sieht es gar nicht so steil aus. Ach du Scheiße. Sieht das steil aus. Wie läuft es bei dir? Wow. Sag mal, wie groß war die Spinne? Wie rot bist du? Die Spinne? Die war so. Auf dem Video sieht sie ultra klein aus einfach. Die war so groß. Der Körper war so wie mein Finger. Ja. Ja. Und die war Gold. Hast du gesehen? Ja, ja. So schwarz-gold, gell? Die war eigentlich mal wunderhübsch. Oje, Miné. Waui. Ein bisschen. Ja. Wilder Weg hier hoch. Ja, in Deutschland wäre das nicht genehmigt, nee. Doch, da geht's weiter. Also ich bin ja vielleicht rot, aber wenigstens sehe ich nicht aus wie geduscht. Was ist denn das? Wir sind nicht mal oben. Ich weiß nicht, ob wir die Hälfte schon haben. Hier ist das für unser Wasserfall. Ja, der ist doch schön. Stinkt es ein bisschen nach Scheiße? Ja, ich hab dich drauf gemacht. Ja, ich hab dich drauf gemacht. Sat. Ja, ich hab dich drauf gemacht. Ja, ich hab dich drauf gemacht. Ich sag ihn einfach aus. Ja, ich hab dich drauf gemacht. Dadschü Ja. Fisch. Das ist ein Wasserloch, wo ich eben drin war. Ich schlängel schon wieder eine Schlange an mir. Wow. Und da saß ich eben, oder? Also ich sag mal so, Aufstieg für die Aussicht hat sich mega gelungen. Wir haben es runter geschafft wieder, einige Massen, was ist das denn hier? Oh, ich hab einen Mückenstich. Geil. Wir haben es runter geschafft. Gleich zumindest. Äh, ja. War ein kleiner Kampf. Ich hab einen Krampf im Oberschenkel. Ich bin sportlich. Der Himmel sieht so schön aus. Ja. Ja. Was gibt's bei dir hier? Ein kleiner Smoothie. Mh. 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 Das war's für heute. Wir haben zwei Kokosnuss-Smoothies geordert. Mal schauen, was gleich ankommt. Unsere Kokosnuss-Smoothies angekommen. Das ist das beste. Ultrageil. Du kannst es einfach mit dem Sturm abschaben. Jetzt gehts grad wieder. Du kannst es raustricken. Und dann... Kannst du auch das zum Essen, weil wir keinen Löffel bekommen haben zum Ausschaben. Egal. Hm. Ist doch wie? Mhm. Ja. 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 Duschkopf sieht das auch aus. Geil, da auch. Das sieht aus wie so Duschköpfe einfach. Bild dann hier, verbrauchte Duschköpfe. Spiel als Knüffel. Wie viel hast du? 331. Toll. Die beste Knüffelrunde, die wir bis jetzt je hatten. Bist ein richtiger Knobler. Clever Knobler zum kleinen Preis. Der Wahnsinn. Da oben schreddern die Elefantenfutter, glauben wir. Wir denken mal ans Positive. Hoppala, da. Schön. Spaziergänge sehen bei uns. Warum brennt der denn jetzt? Spaziergänge sehen bei uns immer so aus. Ich. Ja, kann man sich auch immer richtig gut unterhalten. Macht Spaß. Es wird noch mal ein neues ausgetestet. Mal dieses hier außen mit Croissant. wie auch immer Teig mäßig. Das haben viele auf TikTok gesagt, dass es gut sein soll. Ausgepackt sieht das Ganze dann wirklich aus wie so ein Croissant-Teig. Geiler Käse. Wie so ein Fablettenkäse im Leben. Auch geil. Wie sieht man? Vielleicht. Feine TikTok. Noch mal ein letzter Abend-Snack. Letztes Abendessen hier. Ja, rein. Carbonara noch mal schön. Wieder am Aussortieren. Erdbeeren. Erdbeer-Smoothie. Der Käse da hinten wird auch wieder nicht angefasst. Bei mir gibt es wieder einen Curry. Reis. Guck. Boah, ja, okay. Cool. Ein Sticker. Ja, ich habe mich verloren. Ah, vielleicht das letzte Mal, wo ich meinen Rucksack sehe hier. Bei mir geht es sogar. Musik Angekommen in der neuen Unterkunft auf Copan Garden. Kamera da hinten. Fährenüberfahrt war sehr interessant. Ich habe Hanna angekotzt in der Fähre. Aber nur ein bisschen. So ausgeschwappt ist in Ordnung. Fünf Minuten bevor wir angekommen sind. Bei mir hat diese komische Bomex gar nichts geholfen. Wir erkunden gleich nochmal die Anlage. Aber die kleinen Bungalows hier sehen schon mal ultra cool aus. Unser Bungalow ist Nummer 8 für heute Abend. Und dann kriegen wir ab morgen nochmal einen anderen. Machen wir schon mal von Coco Nummer 8 in der Roomtour. Ist das keine Dank? Ne, kleine. Sieht sehr gut aus. So, hier einmal mein Tanktop, was ich angekotzt habe. Meine Hose, meine Unterhose und Hannas Hose, die ich angekotzt habe. Ja, war ekelhaft. Oh Mann, das tut mir dann leid. Ich weiß auch nicht. Na ja. Coco Nummer 8. Hier einmal Steinbordel. Hier unsere Rucksäcke hingeschmissen. Oh, ich film einfach mal. Ui. Von außen mal so einmal rein. Einfach ein Bett. Ablage hier in TV. Fertig ist. Und dafür ist die Decken ultra hoch. Wow. Dieses Dimmer mit Moskitonetz schon noch. Hier eine Saline für. Oder bin ich ja direkt. Servus. Ich muss mich hier sogar bücken. Ich muss so machen. Äh ja. Dusche. Klo. Kamerboppenzeug. Heitiges. Ganz einfach gehalten. Wollten wir ja so haben. Sehen wir schon vor Ort. Genau. Ne. Das war's also. Das ist schon. Untertitelung. Kircha-Oga-Belsen Es gibt Sprudelwasser. Das gute Singa. Wir essen bei so einem Vegetarian-Stand. Ja, wir sind hier jedenfalls in dem Foodport. Und es gibt richtig viele leckere Sachen hier. Hier ist unser Essen. Es gibt Reisnudeln mit Gemüse. Sockbeite, Reisnudeln, Soy Sauce und noch mehr Soy Sauce. Noch mehr Soy Sauce. Sieht lecker, es riecht auch lecker. Wir sehen, was es kommt. Tofu ist da auch schon wieder drin. Ja, geil. Zeig auch hier, Squeezin. Lemon Squeezy. Top. So ein geiler Snack. Geile Dinger. Ich habe die Bestellung verkrückt. Eigentlich wollte ich mit Kokosnuss haben. Geil. Das erste Mal zu unserem Strand hier vorne. Wow. Zum Abend hin. Hanna findet auch schon. Wow. Wir haben einen Roller gemütet. Wir müssen zu einem zweiten Roller verleihen. Weil die erste wollte unsere Pässe. Nichts gibt es. Und wir haben gesagt, wir geben unsere Pässe nicht. Weil wir wollen gerne noch ausreisen. Und dann sind wir zu einem zweiten. Und da haben wir jetzt 7.000. 7.000, das sind so 175 Euro ungefähr. Ja. Ja, als Koalition hinterlegt. Ja. Da ist sie. Hier ist es. Das Ding. Gibt es einen Kapor hier gleich. Da ist eine kleine Flitzer. Der klassische. Honda Click. Das sind nur wie diese gängigsten Roller hier. Das ist so. Zeig mal. Hier ist meine Bow. Und ich habe die Pancakes schon angefressen. Dann nehmen wir wieder die beiden hier. Wow. Und so wieder. Das ist gut. Und so wieder. Und hier ist gut. Wow! Super. Es gibt einen Thai-Tea für Nils. Es schmeckt ganz gut, aber keine Ahnung. Aber ist es gut? Für mich gibt es wie immer einen Koffe mit der Aussicht hier. Wow. Ich habe einen Koffe mit dem Koffe mit dem Koffe mit dem Koffe. Tschau. Zipst du deine Cola weg. Danke. Hoppi. Also Hot Take. Die Pommes. Die besten Pommes, die wir jemals gegessen haben. Wirklich Wahnsinn. Nein. Wow. Was? Übrigens Meatless Burger. Kein Fleisch. Also ganz ehrlich, auch wenn das hier, ich sag mal, ein No-Meat-Burger ist, das wirklich kein Fleisch ist. Also ich bin ja auch eher so vegetarisch geworden hier, würde ich sagen. In Thailand so ein bisschen. Es ist ja hier wirklich auch kein Fleisch. Irgendwie ein bisschen mit Tana zusammen. Also der Burger, Wahnsinn. Ich sag euch ehrlich, der Burger war wirklich Top 3, Top 2 Burger, den ich jeweils gegessen habe. Mit den Gurken drauf, mit den Knackigen und den Tomaten und alles. Das schmeckt... Das ist so crazy auf die Gurt. Ja. Das wäre vielleicht richtig gut und saftig. Ultra krass, also... Soße ist ultra legal. Soße, auch wirklich die Gürkchen, diese Zwiebeln, die Tomate, die Soße da drauf. Ja, hier eine. Ähm, ja, du nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, kein Plan. Auf jeden Fall. Ultra geil. Wirklich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Heute nutzen wir mit uns. Ich bin jetzt los. Aussure sare. Wirklich sehr, sehr gut. Das ist alles. Wirklich sehr mit. Bistar im Seoul. Im Hacken und mich zu Hause brauchen critics. Hinteroku. Der ganzeành audit. Gcke, dannентion нап становiert da. Bleibenst du. Ich male das remembers. Jetzt sind wir nochmal auf dem Weg hier zu unserem Food Court nochmal, zu Food-Geschichten. Ich will immer rachen, das sieht so komisch aus. Viel schöner. So, jetzt sind wir heute Richtung Malibu Beach gefahren. Schau, das sieht spannend noch an. Ein paar andere sind dann auch schon dran. Wow. Sag mal, deine Füße, Wasser. Hallo. Guck mal hier. Meinst du den Stich aus? Ja. Tolle Füße hast du. Das Wasser ist ja wirklich Wahnsinn. Und es sah wirklich nicht so viel los, wie ich dachte hier. Ist okay. Mit den Rollern sah es ein bisschen schlimmer aus hier, aber ja. So. Ja, auch noch mal eincremen heute vielleicht. Die Schuze sind schon wieder rot. Ja. Ja. Cool. Toll. Kann man einem schon mal auch so umteckeln. Ich war noch nicht in der Nachteil. Tauchen. Super. Da. Ich sehe ihn. Irgendwo da. Da. Ja, da ist auch ein. Das sind zwei dann hier. Oh ja. So, Mittagessen heute. Ganz cooler Laden irgendwie. Da müssen wir unsere Bestellung hier selbst aufschreiben. Wieder ganz klassisch. Massaman Curry, Green Curry, Plain Rice zweimal, Zama Cola. Also, was wir vermissen werden auf jeden Fall, ist hier das Essen. Das Essen ist ja auch unglaublich hier. Wahnsinn. 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 Also, das Essen für den Preis war wirklich, wow. So, 7-Eleven muss jetzt richten. Ich schwitze wie Sau. Wir brauchen die Klimaanlage. Wir brauchen auch einen Eis-Coffee. Ich liebe 7-Eleven. Nehmen wir zwei. Die ist jetzt schon vorprobiert. Der weiß schon, wie er schreckt. Nur einen kleinen Schluck. Weil sie wieder arschlangsam ist. So wie immer. Ja. Es ist okay. Schmeckt ein bisschen wie ein wespriger Kaffee. So, dann sind wir wieder hier. Nächsten Tag. Lecker, lecker. Gut, oder? Lecker. Ah, und da kann man dann rüberlaufen. Wie sehen wir das? Das finde ich gut, ja. Grundsätzlich ist es ja, wow. Also, grundsätzlich ist der Strand hier traumhaft schön, oder? Hier oben auch wieder. Guck mal das Wasser an hier schon wieder. Und da geht wirklich so einmal rum. Aber es ist schon noch ein bisschen was los hin und so. Ja, dann, ich lauf mal hier drei Meter rein. Ich teste mal. Das ist eigentlich geil, ne? Das ist eigentlich geil, ne? Denn wenn hier Ebbe ist, ist es einfach dieser ganze Weg frei zum rüberlaufen. Wir laufen jetzt gerade mal ein bisschen hinter, weil hier ein bisschen weniger los ist. Also zumindest auf kleine Flecken. in der Mitte zwischen uns. Bei Matrice. Jetzt unter dir. Jetzt ist er wie weg oder weg. Da ist einer. Da hat man ihn gesehen, hier. Ja. So. Schüsselt auf den Kopf auf. Zack. Das Ding ist zu heiß, ne? So. Los geht's. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ready? Los geht. Ja, das ist gut. Ist derartig ist jetzt alles gut. Doch, jetzt haben wir wieder zu sehen. Ich lese, jetzt wache ich nicht. Das ist edition K kok. Ja, ich lese Austin an. Langsamer. Ich lese, das ist dele. ja es war vorbei ich will dich doch am Arsch ey wow ach der Berg, ah der ist das hier oh Gott hier müsste unsere Bremsen funktionieren komm schon Roland das ist die letzte Steigung, die du behalten musst das ist mir echt egal ich hab noch mal ein letztes Partei hier in unserem Food Court auf was dann morgen nach Kotao weiter geht so, interessante Lichtverhältnisse hier also die Sandwiches werde ich vermissen hier du sollst essen so letzter Abend allgemein ne allgemein hier sag ich mal wollte nur sagen morgen fahren wir dann nach Kotao und dann denke ich mal sehen wir uns dann da wieder oder auf der Fähre wenn wir jetzt wieder kommen das geht nach Kotao es geht nach Kotao zwei Bombeks sind schon drin der schläft schon hier fast dabei sieht das Ding so langsam aus ist mir egal wenn es was hilft, dann hilft es das geht nach Kotao bis zum Glück bis zum Glück bis zum Glück bis zum Glück Was geht denn hier ab? Ach, hier sind die Gepäckstücke, die dann quasi verteilt werden. Jetzt hau einfach mal alle weg. Ich will dich lieb und dich richtig sein. Ich will dich lieb und dich lieb. Ich will dich lieb und dich lieb. Wir werden zusammen sein. Mit dem Ruf über unsere Hände. Wir werden ein Schalter. Auf mein Single-Vay. Wir werden den gleichen Rücken. Ja. 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 Krass. Wir haben ein Outdoor-Bett. Wir haben einen Tisch mit zwei Sitzen und einfach auf unserem Beach da unten eine kleine Übersicht. Also ein bisschen was ist los. Aber es sieht ja wahnsinnig krass aus. Das ist der Wahnsinn. Wow. Wow. Ob sie auf Seegiegelwieler auch passen mit Sicherheit? Krass. Wow. Das sieht richtig geil aus. Das Geile ist, mit dem Blick wachen wir auch aus dem Bett auf. Weil da ist ein Fetzer. Herein. Ja. Gehen wir mal rein. Ja. Nix über. Also das ist über krass. Das ist schon richtig gut. Es ist schon sehr schön. Das ist die Anis hier. Unser Bett. Und das ist unser Blick aus dem Bett raus. Das Blick. Aus. Hast du schon ins Bad ge... Ich hab auch gleich reingeschaut. Ja. Du kannst dir mal zeigen. Dusche. Toilette. Waschbecken. Ich hab meinen Kotausticker noch drauf. Wow. Willst du noch was sagen? Ne. Eigentlich gesagt. Erstmal auspacken. Ankommen und dann... Ins Meer hüpfen. Ins Meer denke ich mal. Haben wir ein neues Ding. Ja. Zeig mal. Es gibt einen dunklen und einen hellen Helm. Der schaut feiner aus. Stimmt. Zeig mal her. Und? Passt besser als Kupangan? Ja. Schlechter geht glaube ich gar nicht. Gut. Badesachen. Aber... Gehen wir hier was snacken. So. So. Quasi haben wir beide Partei. Kann doch nochmal. Du hast... Mit Vegetalbier? Ja. Oder... Tofu hier? Ich hab mit Tofu. Und... In einem Egg-Wrapper. Eigentlich wie so ein Omelette drumherum. Sieht auch ultra geil aus. So. Guten Morgen. So. Nächste Morgen. Wir... Warum bin ich da immer so nah? Ja. Weil das... Wir haben es noch wirklich gesehen. Und Kripse. Ja. Wir waren schon da unten. Auf diesem steinenden Weg, der da läuft. Manchmal schon mal ein bisschen anschauen. Solche Kugelfische. Anschauen. Ja. Und jetzt gehen wir zum Strand runter. Äh... Und dann laufen wir nachher nochmal den anderen Weg. Und dann filmen wir den auch nochmal. Ich geh schnorcheln. Das ist ein Doppel-Vlog. Hä? Geil. Cool. Da liegen sie schon wieder. Reservierte Liegen. Die Klassiker. Deutsche. So wie man sie kennt. Nichts anderes erwartet. Wie man sie bekommt. Mal ein paar Scenieren. Wierw! Ja, ja, ja... Ich war hier noch mal schon mal. Das ist mir nicht wirklich. Da ist mir nicht wieder hier. Ich bin da gerne. Ich bin da ja auch. Wow, hier wird diese Viewer. Mal auf die Suche nach Hannah. Die ist am Schnorcheln hier. Ja, ich glaube, da vorne sehe ich sie. Da, ich habe auch lange schnell ein Ding auf den Kopf. Ich schwimme sie. Ich hoffe, sie tritt nicht auf einem Wegel oder so wie ich. Vor ein paar Tagen. Das war nicht so geil. Aber muss man echt sagen, es ist wirklich wahnsinnig schön hier. Wow, das Wasser hier. Du kannst wirklich bis hier vorne ohne Probleme stehen. Ich bin eben mit ihr hier vorgelaufen. Es gibt einfach hier im Reals. Ich bin gespannt. Wie viel zu kommen. Ich bin schon gut. Hier ist ein Problem, dass ich jetzt ein paar Tage später mache. Mit diesen großen Boten, die da rein und raus fahren, siehst du gar nichts mehr unter Wasser. Nee. Nee, ist nur sandig. Also hast du nichts Spannendes gesehen? Ja, sehe ich ihn. Oh, nee. Links von den Steinen sind einige. Nee, nee. Ich habe einen Doktorfisch gesehen, die Dori von Findet Nemo, aber nicht in blau-gelb, sondern in gelb-schwarz Gestreifen. Ich dachte, die wurde abgewaschen eigentlich nur. Ah, gut. Hast du einen langen Arm? Ja. Ein Willkommen von Basuna. Gut. 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 Erster taste. Ist ein bisschen spicy es aus. Ist es okay? Gut. Super lecker. Ja, das ist gut. Musik Wir haben jetzt unser Stativ hier nochmal aufgebaut Wir filmen jetzt heute den Sonnenuntergang hier vorne Hoffentlich wird es schöner Hoffentlich wird es schöner Jetzt gibt es nochmal ein, zwei Cook und Cook Zero hier Genau Und das Ergebnis von unserem Zeitraffer Schneiden wir jetzt hier hinter Musik 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 Also das hier Soll der beste Mango Sticky Rice in ganz Thailand sein Das war eine Empfehlung von dem, den wir in Bangkok getroffen hatten Der hat hier auch mal gearbeitet Ich bin gespannt Das sieht auf jeden Fall ultra geil aus Die Bohnen sind auch hier drauf Mungo Bohnen Ja, vergesse ich immer wie die heißen Blauer und weißer Reis Geile Mango Ja Ja Ja, schon ultra krass Ist der beste bis jetzt? Ja, die Mango ist doch richtig Weil die Bohnen Vielleicht muss ich mir dann auch noch gleich einen holen Boah, der ist wahnsinnig gut Der ist wahnsinnig gut Schade, nicht unsere beiden Kugelfische hier heute Ich hab's ja gehofft, dass ich sie auf Kamera kriege Gucken, was es so gibt Für mich könnte es wahrscheinlich Spinual Maybe Fried Chicken mit Zwiebeln und Erdnusssoße geben Wie ich mich ultra freue Nach den vier Wochen Ist unsere Kaffeemaschine morgens Mein Eikos Und so ein geiles Vollkorn-Nussbrot Mit Leberwurst und Gürkchen Essen ist da Nils-Fünnchen sieht super lecker aus White Chicken Peenat Sauce Lecker, lecker Eiskaps und so Hier der Klassiker Wie immer Partei 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 Hanna wollte heute mal Burger essen gehen abends Ich kann kein Partei mehr sehen Nach dem Strandtag Ich hab einen kleinen Nap gemacht Und jetzt hat sie auch einen super tollen Platz hier ausgesucht Direkt im Zählerschrank drin Sehr gut Ich hab nochmal in den Ranking Also Burger ist gut Aber zumindest meiner Meinung nach Ist der Burger ein bisschen schlechter Wie der Burger in Copenhagen Der Veggie-Burger, den wir da gegessen haben Diesen Meatless Burger, oder? Deine Meinung? Ja Aber trotzdem guter Burger ist okay Aber auch gute Abwechslung Zumindest der Veggie-Burger Weil Nicht gleicher Satz wie auf Propagant Sondern halt was ganz anderes Also kann ich nicht so gut vergleichen Ja Aber auch sehr lecker So Ende für heute Ja Ende Morgen ist Schnorcheltag Snorkeling Und dann Schauen wir weiter Was kann ich überhaupt brauchen? So große Scheiße Stechen wir mal hinten drauf Ne? Das... 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 Geil aber Das ist so ein Ding Ja Jetzt hat der gute Mann vergessen Vor lauter Stress hinten die Klappe zuzumachen Naja Das... 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 Sonne Mehr oder weniger auch ein bisschen bewirkt heute Egal Das laufen jetzt hoch Juhu Juhu Kein Bock anzustehen auf dem Viewpoint hier. Ja hier, hier reicht es genau. Völlig ausreichend. Schick, oder? Ja. Mittagessen und Reis, Tofu und Gemüse. Danach gibt es noch ein paar Sandwiches, wir sehen. Das war ein großer Tofu. Lecker, gut. Kannst du doch einfach mal helfen, um zu filmen. Nee, der ruft doch nicht, ehrlich. Ein bisschen Vasuma angemacht. Ich habe keine Ahnung, wie nach wie hier jetzt. Das ist zu sehen, sobald es irgendwann an den Hals hängt. Hier wird das Wassertropfen vorne auf der... Das ist erschissen, wie wir jetzt... Okay, jetzt probiere ich, zurückzustorchen. Anstrengender Tag gewesen. Wir sind noch mal was essen gerade. Wir sind nach 3,5 Stunden auf Ende essen. Cool. Und dann noch. Und dann noch. Wir sagen gleich noch mal, was der Schnorchelfahrt dann danach. Ja, sagen wir es mal. Wir sind daheim. Wir sind platt. FP3 nochmal reinziehen. Hi. Ja, wir wollten noch mal ein paar letzte Worte sagen zu der Schnorcheltour heute. An sich war es ganz cool, Planung war okay. Ja, das Wetter hat nicht ganz so mitgemacht. War ein bisschen bewölkt heute. Raue See. Ja, war ein bisschen wellig. Am Ende ein bisschen mehr. Schnorchelspots. Wir haben schöne Fischis gesehen. Ja, aber es ist alles tot. Also da gibt es keine lebende Koralle mehr gefühlt. Das sah aus wie ein Friedhof. Egal an welchem Spot. Das war so traurig. Also da müsste man dann schon eher hier tauchen gehen bestimmt. Also wirklich auf Tiefe gehen, um irgendwas cooles zu sehen bestimmt nochmal. Immerhin gutes Licht. Hallo. Wir testen jetzt mal hier Red Bull Sorten hier aus Thailand. Ich habe Apfel Traube. Zero. Also ich muss sagen, ich hatte auch schon einen kleinen Sip gerade. Also ich weiß jetzt nicht. Warum? Es schmeckt ultra nach Ananas, ne? Es schmeckt besser. Was soll ich hier nicht? Was darfst du? Ne. Also wenn, dann holt euch den Spaß hier. Ich gebe wieder eine volle Kokosnuss hier. Herrlich. Lecker, lecker, danke. Let's go. Es regnet rauf und runter. Warte, es fokussiert nicht. Ein zu halb. Das sieht aus, es hat die 2.16. Eventuell waren wir gerade das letzte Mal hier. Kotao im Meer. Wollen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen irgendwo was essen fahren. Weil wir um halb sechs heute den Roller abgeben müssen. Und wir haben jetzt, weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht. Auf jeden Fall Zeit, dass wir dann bald irgendwie nochmal was essen fahren. Nach meiner Stadt fahren hier. Oder in der Stadt. Aber da war meistens abgeht. Willst du dich nochmal verabschieden? Kann man den Stand gehen? Tschüss. Achja. Unsere klassische Rollerabfahrt immer hier. Das ist ja nur die gute Abfahrt. Das stimmt. Die andere fehlen wir nicht. Vielleicht nachher, wenn wir runterfahren. Ohne. Achtung. Ja auch wieder? Ach doch nicht. Naja. Corner ist es nicht geworden. Machima Thai Food. Guck es dir an, einfach für einen Euro. Ja. Kurter Taste Test? Ne, es hat einen Green Tea bestellt. Es sieht eher aus wie ein Matcha. Ja, habe ich gerade schon gezeigt. Ich habe gerade schon gefilmt. Probier deinen Matcha. Hoffentlich ist es nicht ein Matcha eigentlich. Ich habe so ein Matcha. Ich dachte, es ist einfach ein grüner Tee, dachte ich. Ja, vielleicht wird Milch, weißt du? Schmeckt eigentlich ganz gut. Schmeckt wie so Thai Tea. Aber ist es Matcha? Ja, ich weiß es nicht. Soll ich probieren? Kein Plan mehr. Es schmeckt nicht wie Matcha. Ne. Es schmeckt schon nach grüner Tee. So, ne? Aber mit... Mit... Ja. Partei Nummer eins. Partei Nummer zwei. Jo. Wie immer, ne? Schauen wir mal. Okay. Okay. Oh, auch gut. Ja, haut drauf. Alles. Thank you. Thank you. Mal deep fried. Mal deep fried. Habe ich ganz vergessen. Okay. Taste Test mit Innenkamera. Heiß wieder. Es ist so heiß wieder. Mh. Partei wieder sehr geil hier, ne? Ja. Ja. Ich bin noch nie so auf dich beim Essen gefühlt. Na, Speise. Einen kleinen sticky Reis. Also irgendwie ist das gefühlt der größte, ne? Den ich hatte bisher. So. Auch sehr gut. Kann sein, dass du dich bisschen übernommen hast. Ne. Wir müssen jetzt voressen, weil wir nachher mit dem Order nicht mehr wo hinkommen, wenn wir alle haben. So ne kleine Portion Mango Sticky Reis. Und das nochmal mit 7-11. Warte hier nochmal auf sie, schön hier vorne. Dann gehen wir gleich unser Bikey zurück hier. Unser Gefährt. Not Park on the road. Und hier stehen die Bibli-Roller auch nichts an der road. So. Ja. Ich will da auch noch runter. Clever. Hä? Ist der dumm? Ja, ich check's gar nicht. Na ja. Immer. Super. Kannst du schon auf der rechten Seite, weil gut das last hat hier. Du brauchst nicht moderieren. Du kannst einfach bis hin zu gehen und runter fahren. Ja. Okay? Ja. Oh. Ah, geil. Stehen sie denn hier rum? Entschuldigung. Entschuldigung. Oh Gott. Left tight. Perfekt. 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 Da stehen wir alle unten. Aufbereit. Und schauen sich den Sonnenuntergang an. Und da hinten paddeln sie mit ihrem Paddelbooten. Jetzt haben die Zikaden auch angefangen zu zupen. Man hört fast sein eigenes Wort nicht. Aber der Himmel ist schön. Wir haben hier aufs Punkt gescheitert. Mit unserem Gepäck hier. Wow. Wir haben hier aufs Punkt gescheitert. Ein paar Leute. Strömen. Was ist der jetzt? Sie gestoppt? Grün und blau. Gelb. Aber alle beiden. Der legt jetzt aber auch kurz vor. Wir hatten schon die Tütenbeile am Anschlag. Jetzt haben wir noch mal den Kürzeren. Das ist unser Resort, Pool, Villas, Hotel, wie auch immer. Es gibt zwar so eine flotte Roomtour hier mit Weitwinkelkamera. Badezimmer. Nur so spontan nochmal gebucht für zwei Nächte einfach vor dem Rückflug nach Bangkok zum Flughafen. Aber wir sind recht positiv eigentlich überrascht. Cooler Chill Area hier auch noch. Und? Seaview. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, mit großem Kühlschrank auch. Cooler Balkon eigentlich auch. Gar nicht auf dem Schirm gehabt, was es hier so alles geben soll. Ah, da ist noch ein Pool. Deutschland. German Bakery. Deutschland. Deutschland. Gucken, was die Central Samui Food Hall ist. Die Food Hall ist ein Einkaufsmarkt. Guck mal, da hinten gibt es auch so eine Sache. Ja. So einen coolen Market hier. Also so Märkte mag ich ja gerne, ne. Also so Märkte mag ich ja gerne, ne. Oh. Ja. Ja, hier ist das Mittagessen angerichtet. Aber du bist gar nicht im Fokus. Jetzt schon. Ha. Hast du Hunger? Ja, mir ist übelst warm. Ja. Hier gibt's aber auch einfach gar keinen Schatten. Machen wir gleich auf Hotels, aber. Ja, wir sind frühstücken im Supermarkt. Zweiter Versuch. Habe das Video abgebrochen auszusehen. Jedenfalls sitzen wir mitten im Supermarkt zwischen Kühlregalen und Wursttheken und dachten, wir können hier richtig geil frühstücken, weil es hier auch Zucaten gibt und so. Wir haben es nicht gecheckt, wir haben jetzt einen Muffin. Keine Ahnung. Wer ist denn dein Mittagessen richtig? Ich habe nicht verstanden. Ich auch nicht. Gestern wollten wir noch mal, glaube ich, irgendwas zu unserer allgemeinen Location hier sagen. Wo unser Hotel und sowas ist oder wo wir uns gerade finden, die ein Showing. Ja. Das ist so eine kleine Party. Wir haben uns nicht so... Es ist ein Ballermann. Es ist ein Ballermann mit Prostitution. Und zwar ohne Ende. Gras Shops und... Ohne Ende. Und Bars, Kneipen oder so halt. Und Mac ist so mittendrin. Ich habe sogar eine Ping-Pong-Show gesehen. Ja. Wo die unten aus ihren Löchern Bälle schießen. Es ist ein Albtraum. Wir hatten richtig schlechte Laune gestern. Richtig schlechte Laune. Aber das ist halt das. Wir haben uns hier nicht vorher informiert, was das für eine Gegend ist. Wir wollten nur eine andere Ecke in Koh Samui noch machen. Wir wollten Richtung Nähe Flughafen, weil wir morgen ja wieder nach Bangkok fliegen zurück. Und haben halt einfach ein von uns gespeichertes Hotel oder mehrere angeschaut hier unten und meinten so... Ja, nehmen wir das. Preis-Leistung sieht das in Ordnung aus. Bewertung in Ordnung. Haben nicht wirklich mal auf die Lage geschaut so ganz. Vor allem sah die Lage halt super nah aus. Zum Strand und so. Also wir laufen alleine hierhin jetzt schon 10 Minuten und zum Strand machen nochmal eine Viertelstunde. Wir haben gar keinen Platz im Rucksack. Wir haben gar keinen Platz im Rucksack eigentlich. Aber wir müssen ja unser Geld loswerden. Ja, wir haben noch ein bisschen viel Bad jetzt von unseren ganzen Kautionen, die wir hinterlegen mussten. Und jetzt waren wir halt bei Uniqlo und nochmal ein paar Basics, die da einkaufen hier. Shopping-Trip in der Shopping-Mall. Spazieren wir jetzt mal hier ein bisschen an dem See gerade rum und laufen dann Richtung Strand runter. Und dann nochmal was für die Formel 1 Jungs. Formel 1 Kart Jungs. Wie schaut's aus? Revanche in Thailand auf kosamui-easy-kart.net Da sehe ich uns drinnen. Die Outdoor-Strecke. Benzinkart. Benzinkart. Ja, du fährst mit uns. So, wir haben es gefunden. Hier Hotelmanager mit Benzinkart. Ist das Patos altes Auto, oder? Umlackiert und auf vorne Scheiben. Gibt's für ein Paar zu deinen Autos in Thailand. Ist das abgegeben was? Was sieht das wellig aus? Massage, Massage. Was sieht da ultra wellig aus? Schön, aber ultra wellig. Rote Schlage weht auch. Und alter, wie wellig heute. So, wir schauen jetzt mal, wo hier, also hier Freunde, wenn ihr das seht, die Ecke hier, wo wir alles hier gespeichert haben. Hier ist unser Hotel auch nochmal. Das Herzchen hier oben. Da ist der Flughafen. Nicht die Ecke von Koh Samui buchen. Wir waren hier oben. Freude, aber okay. Was? Ich hab gesagt, ich find das so krass, dass Leute hier Urlaub machen. Auf der Seite von Koh Samui und alles. Guckst du mal was? Die dicken Krallen da liegen, ja? Ich weiß auch nicht. Auf ihrem Plastik liegen und sie sich da mittelzünder streckten Bau reinhauen. Ja. Also hier sind noch ultra Tobi-Preise, aber bei uns jetzt einfach egal. Also 2,20 für ein Sandwich bei mir gleich. Das machen wir morgen. Morgen Mittag. Abflug nach Bangkok hier. Ich hol's nur noch. Schlaggang, ich schau auf eben. Also für meine 5,50 Euro Sandwich hätte ich auch eventuell im 7-Eleven einen Euro gezahlt. Eventuell. Und 3 Pommes. Und vielleicht ein paar Pommes. Scheiße. Das ist ein 7-Eleven, ein Euro Sandwich, was ich gestern Nacht hatte. Ja. Ja, das war aus dem Sandwich-Maker noch. Ich sag, eben hab ich auch Spaß gesagt, weil ich so lange brauche, ob es das noch am 7-Eleven kaufen war nochmal schnell. Ja, Manga-Shake, Wasser, Eis-Latte. Ja, deine Flix-Rollen sind wenigstens 3 ganze. Ja. Ja. Nicht 4. Ne, 3. Naja. Ich hatte 2 geschützt. Dann hab ich da so ne Zwiebelsauce. Naja, also sagen wir so, Cosamo überteuert und nicht mal dafür kriegst du das, was du kriegst. Das ist wirklich nix. Ah. Das schmeckt, das schmeißt, ja. Das ist ein 7-Eleven Sandwich. Ähm. 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 Du kriegst nicht mal einen Euro. Ähm. 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 Was für eine Scheiße. Ähm. 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 Ein letztes Mal wahrscheinlich am Strand und am Wasser entlanglaufen. Ah. Uh. So. Jetzt gibt's nochmal so einen kleinen Real Talk. Wir waren jetzt gerade an diesem, ähm, Beachbar-Restaurant, wie auch immer, Essen. Wir haben für diese ganze Kacke da bezahlt. Einfach 720 Bat. Das sind einfach fast 20 Euro. Also das sind so 15 Euro. Ah. 15 Euro 50 oder sowas. Und die haben einfach schon bei uns in die Rechnung inkludiert. Das gibt's normalerweise eigentlich gar nicht hier. Was schaut denn der so hier? Lionel Messi. Ähm. Ähm. Die studiert, ähm, direkt auch schon Trinkgeld. Oh, wie kann man gehalten? Trinkgeld. Normalerweise rechnen die hier nie Trinkgeld mit einem Verein. Normalerweise ist es hier nicht so üblich, Trinkgeld zu zahlen. Ja. Also. Brrrr. Und ich sag dir ehrlich, für den Service, wir haben erstens auf unsere Sachen, äh, bestimmt 30 Minuten gewartet. Äh. Ich sag dir, also ich sag dir ehrlich, da war mein Guest gar nicht so verkehrt, dass sie mein Sandwich bestimmt aus dem 7-Eleven nochmal kaufen mussten, wo ich's bestellt hab. Oh. Ja. Grüßt euch. Grüßt euch. Gut hier. Das ist schön. Schön hier. Und manche Kabel hängen so halb offen immer runter, manche auch auf meiner Kopfhöhe. Dann muss ich nochmal aufpassen, dass ich keinen Stromschlag mehr in meinen Kopf reinkriege heute. Was ist denn Abendessen? Auf der Suche nach Abendessen. Wir wissen schon, was für Abendessen. Wie kommt. Ja. Wollte ich noch ein Schlauch im Garten. Ah, ja. Wollte ich noch einmal. Das ist gut, was wir. Wollte ich noch einmal. Können Sie sich ein bisschen. Wollte ich noch ein bisschen? Es ist heiß. Aber kann es bleiben. Zwei Kettchen nochmal geholt. Ja. Check out morning. Oh, da wird richtig gevloggt. Flughaal. Jetzt haben wir Papai für uns. Zum Frühstück. Und dann, jetzt ab zum Flughafen. Weil keiner mit mir draußen beim veganen Burger stehen geblieben ist. Danke. Das ist Chicken. Chicken, das ist meins. Jetzt sitzen wir warten auf unser Gepäck. Ob das Gepäck da auch kauft. Wir sollen hier laut der U dann halt nur drei Minuten warten. Ah, guck mal. Ist das hier deine, ist das hier deine Area? Guck mal hier. Cool. So, wenn wir mal hier so rauf gehen und mal kurz schauen. Guck mal, das ist rein theoretisch, ist das hier der Terminal. Ja. Lustiger, verstehst du nur hinterm Baum da. Hä? Lustiger. Lustiger Terminal eigentlich, oder? Kommst hier reingelaufen und kannst jetzt hier einfach so, wie in so einer Fußgängerzone so. Kaffee. Hier. The Fritz Craft Beer. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was The Fritz Official Samui Craft Beer heißt. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass sie sich verschriegen haben, was das First heißen soll. Ja. Ja, wo denn? Aber es ist cool. Da jetzt nach Singapur, nach Phuket, Samui Airport. Ich hab dich geblitzt dieses Mal. Ah, take off your sunglasses. Ja. 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 Ja, wir sind A&B, C&B. Ja, C&B. Ja, C&B. Ja, C&B. Ich hab dich mal, wenn ich mich wieder zurückkomme. Ich hab dich mal wieder. Ja. 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 Und hier ist ein PGA 162. Bangkok Erwa ist das Beste. Sehr gut. Auf der Suche nach einem Taxi. Spaß mit Soße hier. War geil mit dem Taxi oder? Stehen wir hier. In unserem 5 Sterne Luxusresort, unsere pinken Nackenkissen und Rucksacken. Du spürst gar nicht, dass der Fahrstuhl schon fährt. Eben unser Taxifahrer war auch ganz wild. Oh, der hat rumdiskutiert mit uns, weil er fährt nur Long Distance normalerweise. Und er hat jetzt aber rein theoretisch dasselbe verdient mit unserer Short Distance, nur weil wir auch unsere Butt loswerden müssen, als wenn er jetzt irgendwie Long Distance gefahren wird. Ich habe mir auch einmal nur drei abgeben. Welche machen wir denn überhaupt? 509, wie lang? Da lang. Was er eben aufgehört hat, machen wir jetzt mal weiter hier. Also, Eingangsbereich, Toilette, Duschbadewanne, Nespresso-Bereich, Bademantel. Ja gut, unsere Backpacks, das letzte Mal. Pool, ja Pool wollte ich eigentlich gehen, aber gehe ich auch nicht mehr. Junge, das Bett sieht auf dem Video viel kleiner aus, als es ist. Also das Bett ist zwei Meter. Kann man drauflegen? Ja, schmeiß dich mal, leg dich mal lang. Und ich bin 1,63. Ja, 1,63 bist du schon. Ja gut. Also zwei Meter ist das Bett auf jeden Fall, cool. Genau, hier, Fernseher, wie ist das? Zeig mal, das Fenster, mach mal auf den Lachs. Das ist mir zu hoch. Aber cooler Blick eigentlich auf die Straße. Ah ja, unser Pool. Ähm, ja. Ich brauche den Sound. Oh, Sandwich. Also, ich gebe euch jetzt mal ein Ranking. Grundsätzlich ist eigentlich das schon sehr, sehr gut. Buttre Käse. Das Beste. Ja, nur weil du nichts anderes isst. Das hier schmeckt auch sehr gut. Das und das hier teilen sich ungefähr Platz 2. Das ist so ein Croissant-Teig, das ist ein normales Sandwich. Ja, klar. Die anderen habe ich nicht probiert. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Hier so, weiß ich nicht. Oder hier. Shredded Pork. Sausage. Boah, nee. Und wenn ihr beim Wasser seid, gönnt euch einfach das Heaven Select Wasser hier. Ja, fertig ist, keine Schuhe. Oder Schwelltankstelle, aber egal. Nochmal unsere letzten vier. 7-Eleven-Sandwiches vielleicht. Schau. Die Kamera sieht schon vorbei. Urlaub schon wieder zu Ende. Ich will Gott sagen, die Kamera sieht gerade ultra scheiße aus hier im Dunkeln. Ja, das ist eine Kamera. Ja. Die Dinger werde ich vermissen, diese Sandwiches. Aber die sind selbst so ungewohnt. Ja, egal. So, ein letztes Mal Bangkok bei mir. Die Dinger ist bereit. Die Dinger ist bereit. Ich bin bereit. Musik 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 Das ist jetzt wieder so ein Drach-Handes-Ding. Ich bestelle es ja nur, weil sie vegetarisch haben. Ich habe mir gedacht, komm, bestell es auch vegetarisch. Das ist jetzt scheiße. Ja, wir sitzen jetzt im zweiten Flieger. Kann auch vorher. Ja, wir sind jetzt los. Ja, wir sind jetzt los. Das ist ja das. Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier. Ja.